Hi, ich bin es wieder eure Melissa Ming und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Okay Leute, das Video hier wird sehr krass und zwar zaubern wir heute ein bisschen. Natürlich nicht echte Magie, aber wie ihr im Titel schon gelesen habt, erwecken wir heute alte Bilder wieder zum Leben. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle Harry Potter und da gab es ja so Szenen, wo man Bilder gesehen hat in diesem Bilderrahmen, wo die Bilder sich bewegt haben. Und genau dasselbe kann man jetzt auch mit einer App machen. Und zwar handelt es sich bei dieser App um MyHeritage. Das ist nicht gesponsert, dieses Video hier. Ich habe zwar mal eine Kooperation mit MyHeritage gemacht, damals ging es um den DNA-Test, aber dieser Tool hier ist wirklich meine persönliche Meinung und meine persönliche Rezension. Der Trend ist ja auch schon auf TikTok bekannt und deswegen bin ich eigentlich auf diesen Trend gekommen und ich wollte das unbedingt ausprobieren, weil ich zum Beispiel ältere Bilder mal zum Leben erwecken möchte. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann schaut das Video. So, ich blende euch das Ganze hier ein. So, erstmal müsst ihr das Bild machen, das ihr zum Leben erwecken wollt. Ich habe jetzt ein ganz altes genommen und zwar von meinem Opa und meiner Oma damals noch. Und das Erste, was ich euch erstmal empfehlen würde, bevor ihr diesen lebendig machen Tool macht, das heißt übrigens auch Deep Nostalgia, würde ich euch empfehlen, diese App hier erstmal zu benutzen. Und zwar heißt diese App hier Remini und die macht die Qualität von dem Bild nochmal besser. Also ich würde euch das empfehlen. Das ist kein Muss, aber ich finde es mega. Also ich zeige euch das eben mal kurz. Also das ist für die ersten, ich glaube ein paar Bilder sind kostenlos oder pro Tag hat man so fünf Limits oder so. Und deswegen macht es halt bewusst. Also nicht jetzt irgendein x-beliebes Bild nehmen, aber macht das schon bewusst, weil das ist limited. So, dann wähle ich einmal ein Bild aus. So, ich habe mein Bild jetzt einmal hochgeladen. Da müsst ihr euch ein Ad angucken, weil wenn ihr es kostenlos haben wollt, dann müsst ihr euch immer Ad angucken. So, und jetzt könnt ihr es sehen. Ich zeige euch mal den Vergleich. Also das ist jetzt das Bild von meinen Großeltern, bevor ich es scharf gemacht habe, also in gute Qualität umgewandelt habe. Und dann könnt ihr einmal so swipen nach links und tada, schaut euch das an. Das ist so krass. Also das ist auch so eine App, die ich euch wirklich ans Herz legen würde. Vor allem auch, weil die ersten fünf Bilder pro Tag kostenlos sind. Finde ich mega. So, dann speichern wir das Ganze. So, jetzt habt ihr einmal zwei Möglichkeiten. Entweder ladet ihr euch die MyHeritage App runter und macht das Ganze da, aber ihr könnt das auch auf der Webseite machen. Aber, wie ich es da richtig verstanden habe, gibt es da nicht so viele Tools. Deswegen habe ich mir die App gedownloadet und ich habe ja schon ein Konto, wie bereits gesagt. Dann geht ihr einmal auf die Startseite von MyHeritage, also registriert euch oder meldet euch an. Und dann geht ihr auf Fotos. Dann könnt ihr da Fotos hinzufügen. Auf das Plus hier unten gehen. Fotos hinzufügen. So, dann füge ich einmal das Bild hinzu. Hochladen drücken. Ihr müsst übrigens alle Fotos zulassen drücken bei der Frage, weil wenn ihr nur aus ausgewählte Fotos macht, dann müsst ihr das immer abfotografieren. Deswegen lasst einfach zu. So, wenn ihr das Foto dann hochgeladen habt, geht ihr einmal auf das Foto. Und was mir gerade aufgefallen ist, was mir gestern noch nicht aufgefallen ist, weil ich habe es erst gestern ausprobiert. Ihr könnt diese Funktion, die ich vorhin gemacht habe, auch hier machen. So, hier. Aber das andere ist halt kostenlos. Also, da gibt es ein Limit, zum Beispiel 5 pro Tag. Und hier ist es, glaube ich, so, das kostet nach einer Zeit. Also, deswegen bei MyHeritage hier. Überlegt euch gut, welche Fotos ihr nehmt, weil ich glaube wirklich, das ist wirklich sehr, sehr begrenzt. Aber machen wir das mal. Jetzt mache ich das einmal so. So, ich habe das jetzt nochmal aufgebessert mit diesem Verbesserer von MyHeritage. Aber jetzt kommen wir erst zu dem richtigen Tutorial von den animierten Bildern. So, ihr geht einmal auf dieses ganz linke Symbol, dieses runde, dieser runde Kreis. Und jetzt könnt ihr ein Gesicht wählen, was ihr animiert haben wollt. Ich mache mir erst mal meine Omi. Das dauert dann ein paar Sekündchen. Und tada, Leute. Oh mein Gott, das ist so krass, ne? Also, ich glaube, ich habe selten so eine krasse App gesehen. Vor allem, wenn ich mir so denke, wie weit die Technologie schon ist. Das macht mir schon fast Angst. Ich habe immer diese Harry Potter Bilder gesehen und fand das übelst toll. Aber ich hätte niemals gedacht, dass wir es wirklich irgendwann mal schaffen, das zu machen. So, ihr habt hier in der App verschiedene Animationen. Also, das war jetzt die siebte. Ihr könnt auch zum Beispiel die 1 auswählen. Das ist dann ein anderer Gesichtsausdruck auch. Also, nicht ein anderer Gesichtsausdruck. Ich meine, die gucken irgendwie anders. Also, schaut einfach selber. Guck hier zum Beispiel. Das ist jetzt zum Beispiel die 1. Und ihr könnt euch ausprobieren. Also, es gibt insgesamt neun... Ne, zehn Stück. Zehn Animationen. So, und dasselbe mache ich jetzt nochmal bei meinem Opa. Oh, Leute, das ist so krass. Vor allem die Sache ist einfach, ich kenne meinen Opa zwar, aber ich weiß nicht, wie er in jungen Jahren aussah, ne? Aber durch diese App kann ich mir das so gut vorstellen. So, jetzt mache ich auch nochmal bei ihm... Ich probiere mal jetzt die 3 aus. Die Animation 3. Mal gucken, wie das aussieht. Das sieht so krass echt aus. Ich komme übelst nicht klar, ne? Oh my God, that's so... Oh my God, amazing. Und können wir mal bitte sagen, wie schön er war? Oh my God, das ist so schön. Ich habe das gestern auch meiner Mom übrigens geschickt und sie fand es halt übelst krass. So, ich glaube aber, man kann das wirklich nur für eins oder maximal zwei Bilder machen. Deswegen, wie gesagt, macht das wirklich mit Bedarf pro Konto. Und wenn ihr von Zugriff drauf haben wollt, dann kostet das 150 Euro im Jahr Premium Plus und komplett 200 Euro ist sehr viel Geld. Aber wenn ihr das öfter machen wollt und zum Beispiel nicht nur ihr selbst das benutzt, sondern zum Beispiel eure Eltern das auch benutzen wollen, ja, vielleicht lohnt sich's denn. Müsst ihr für euch selber entscheiden. Und ja, Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video hier ein bisschen helfen, weil ich hatte nachgeguckt und es gibt wirklich kein deutsches Tutorial momentan auf YouTube. Ich glaube, meins ist sogar das erste auf Deutsch. Es gibt auch, glaube ich, auf Englisch oder so. Aber ich wollte es euch mal näher bringen, weil es wirklich was Schönes ist. Was ich noch besser gefunden hätte, ich denke, das wird bestimmt auch in Zukunft so sein, ist, dass man momentan kann man ja nur eine Person sozusagen animieren. Und es wäre halt mega krass, wenn so das gesamte Familienfoto animiert werden würde. Also genauso wie bei Harry Potter. Aber ich finde es halt schon krass, dass es jetzt schon möglich ist, überhaupt Menschen zu animieren. Also, Leute, probiert es aus und schreibt mir gerne unter die Kommentare, ob es bei euch funktioniert hat. Und das war es auch schon mit meinem Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und subscribe, nicht vergessen. Macht die Glocke an, um nichts zu verpassen. Folgt mir gerne auf Instagram, ebenfalls nichts zu verpassen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.